Wir stehen in der Schinkelstraße in Winterhude. Die Gründerzeithäuser stehen in der Peter-Marquardt-Straße. Das Foto wurde vermutlich Anfang der 1970er gemacht. Den Opel gab es ab 1969 und den Transit ab 1965. Rechts daneben befindet sich der Spielplatz Schinkelstraße. Peter Marquardt war ein deutscher Baumeister, welcher 1654 nach Hamburg kam. Er war Bauleiter für die Türme der Nikolai-Kirche, des Michels und der Katharinenkirche. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Turm der Katharinenkirche nach Marquards originalen Entwurf wieder nachgebaut. Das bezieht sich allerdings nur auf die äußere Erscheinung. Heute ist es eine Stahlkonstruktion. Hamburg damals ist der Kanal, wenn es um die Geschichte der Stadt Hamburg geht. Abonniere uns am besten sofort, um keine Videos mehr zu verpassen.